Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir und meiner Tochter. Hallo und hier ist auch noch ein Mädchen. Das ist nicht mein Kind. Nein, ich bin hier. Okay, das heißt, wie heißt das Spiel noch mal, hast du gerade gesagt? Welches ist besser, glaube ich? Welches ist besser, okay. Apfel oder Orange? Dann gehen wir in den Apfel. Ja, so ist es. Guck, die Mehrheit ist bei Apfel. Ach und hier, okay. Hier muss man jetzt einen Weg finden. Gut, das heißt, was ist jetzt hier? Achterbahn oder Wasserrutsch? Ich bin hier nicht hin. Das ist Lava. Achso. Oder das Toten-Ding. Ich bin auch tot. Okay, was findest du besser? Warte, ich bin noch nicht dran. Was ist das für ein Kopf? Ich finde die Wache besser. Ich finde auch Wasserrutschen besser. Oh ja. Und? Mehrheit. Ah, sehr schön. Achtung, hier rüber. Da sind halt immer so kleine Dinger. So kleine Jump-and-Runs. Ja, aber ich bin tot. Oh, ich bin tot. Wartest du dann immer auf mich, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich sag schon mal, was das ist. Ähm, altes Geschwisterchen, jüngstes Geschwisterchen. Wieso komm ich denn da nie hoch? Denn du musst einfach nur krabbeln. Du musst nicht am Ende hüpfen. Ah, ich hätt ja auch leider sagen können. Äh, was älteste Geschwisterchen? Puh, ich glaub Junius. Ich glaub älteres. Aber nee, geh du erst bei Junius, dann weiß ich. Richtig. Ja, aber beim Ältesten, da hätte man die Hausaufgaben helfen können und sowas. So, wo müssen wir hin? Hier rüber. Oh. Ja, aber nicht ausgeschraubt so. Aha. Ist die Leiter hoch? Hier ist ein Film. Ah, cool. Okay, ähm, Marvel oder DC? DC. Was ist ein DC? Keine Ahnung, ich denk ja Marvel. Marvel, ja. DC hab ich überhaupt noch nie gehört. Nö. Aber ich, äh, warte. Hä? Bist du tot? Nein. Irgendwie wurde ich auf dein Map geschmissen. Hä? Wo bist du? Ich bin hier raus. Ach, dahin bist du. Nein. Ich weiß nicht, ich bin da raus gekommen. Hä? Hä? Da war's kurz im Lenk oder sowas vom Schweden. Kommst du da hoch? Was? Die Hinterzimmer brauchen deine Stimme. Ja. Man muss da hoch. Da ist das nächste. McDonalds ist besser als Burger King. Oh, ja, ich glaub das wird jetzt schwierig. Ne, McDonalds, McDonalds, ich geh da rein. Ja, auf jeden Fall McDonalds. Aber ich glaub für die Mehrheit ist es schwierig. Oha, wie wenig. Haha. Wie wenig. Wie wenig. Ja, aber wie wenig mögen bitte Burger King. Und hier runter müssen wir? Ja, müssen wir. Ja. So, warte ganz kurz. Ich glaub's geht jetzt, weil die eine ist Tag nicht gestorben. Hast du schon geguckt? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Marshmallow mag ich nicht. Ah, ah, Marshmallow sind manchmal wirklich nicht so lecker, aber manche sind irgendwie schon gut. Ja. Kalt oder heiß? Heiß. Äh, ich mag's auch eher warm. Ja, aber irgendwie, weiß nicht. Kalt ist auch manchmal gut. Ich bin tot. Ich will ne Mal aufzunehmen. Ja, ich auch. Du hast das gleich getötet. Von wem? Von dem Schrankkopf. Jaaa. Oder vom Besseren. Ich werde vom Zug überfahren. Perfekt. Hä? Wie schwein diese Ananas da drin? Also. Ne, muss noch mal hier drüber. Ja, also ich hatte eher wirklich gedacht ein bisschen kalt, weil die meisten schützen wahrscheinlich in letzter Zeit so dauerlich. Hm. Okay, aber es ist nicht so viel Unterschied. Stimmt. Ja. Da war doch hier der Pfeil. Ach, da ist der Pfeil. So. Was ist denn das hier für enge Zimmer? Der glückste im Raum, lustigste im Raum. Oh, ich glaube ich möchte dann eher der lustigste im Raum sein. Ich auch. Obwohl, wenn die lachen und... Ich bin schon wieder aus der Welt gekommen. Ich auch. Ne, ich bin tot. Ich bin im Aufzug. Welt hörtet mich. Was ist das hier? Ah. Da fällt aber der Boden runter. Okay, also der glückste. Na gut. Dann sind wir halt mal der glückste im Raum. Ich bin schon weiter gegangen. Aha. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Der schwarze war jetzt gerade sehr schnell da. Ah, beim nächsten Mal runter springen. Warte mal auf dich. Ich mach die Tür wieder zu. Hallo. Ja, bitte. Oh, Manno. Hallo. Vielen Dank. Wo müssen wir hin? Hier runter? Ja, hier. Nein. Okay. Ja, Nase. Ja. Hast du jemals deine Nase gepflückt? Hä? Geflückt? Wie geht das? Nein. Ich geh mal bei dir. Äh. Nein. Falsch. Geflückt? Aber ich hab noch nie meine Nase so abgeflückt. Oh, guck mal mein Gegner. Oh, guck mal mein Gegner. Bist du selbst? Oh Mann, ich hab heute Eiswecker. Dünn. Okay, dünn ist besser. Uhuhuhu. Ja, wartest du mal? Ja. Ja. Ich bin eigentlich gerade bei der Tür. Mhm. Ja, wartest du kurz. Soll ich bei Ja rein? Ja. Da links sehen wir alle schon was Richtiges. Ich hab mir dünn gemerkt. Beides nicht. Taco Bell kenne ich. Was? Was ist das denn? Kennst du und ich kenn's nicht? Was ist das denn? Ich kenne Taco Bell. Hey, Taco Bell ist richtig. Okay, dann geh ich auch mal da rein. Wir müssen hier übrigens durch die Wand. Durch die Wand? Ja. Und dann wieder hoch. Was ist das? Ah. Hier hoch? Ja. Okay. Kuhkomet. Was? Kuhkomet. Kuhkomet. Ach so. Ich hab gestalten Kuhkomet. Umarme eine Schlange, ein Frosch küssen, ein Frosch küssen. Oder? Ja. Ist das richtig? Äh, ja. Ja. Okay. Ich stell dir eine Schlange. Ein Frosch küssen. Wer will denn ein Frosch küssen? Ja, ich. Also eigentlich nicht, aber wer will eine Schlange umarmen? Das ist vielleicht tödlich. Eins, der giftig ist. Äh, da rüber müssen wir. Ne, doch. Doch, oder? Ne, ja. Steht ja nicht dabei, dass die Schlange giftig ist. Ja, schon, aber... Ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich... Teleportmaschine, Zeitmaschine. Ohne Zeitmaschine will ich keinen haben. Wohl, warte mal. Ja, ja doch, nee. Teleportieren. Zeit. Ich geh zur Teleportierung. Ich bin im Aufzug. Teleportieren ist richtig. Ich fall immer aus der Welt. Was ist das jetzt? Guck mal da. Da. Hagiwagi. Da hat Hunger. Äh, hier mal schön. Eigentlich hab ich gerade echt gedacht, dass wahrscheinlich die Zeitmaschine... Weil, stellt euch mal vor, ihr könnt einfach die Zeit vordringen. Und da ist es ja gar nicht mehr spannend. Weil man ja schon weiß, was es ist. Ja, und bei der Tele... äh, Dingmaschine? Ja, da kann man sich hinterher rutschen. Hallo Papa, siehst du mich? Go nach oben. Hi. Ach da. Es sah gerade immer aus, als ob das ein Bild sei. Spiderman oder... Richtig. Okay, Spiderman. Spiderman, Spiderschwein. Es ist ein Spiderschwein. Wir sind so verarscht worden. Beide. Beide sind wieder eingelaufen. Was steht denn hier da so rum? Die überlegen, wie sie hier rüberkommen. Tot. Echt? Hast du es nicht wieder geschafft? Nein. Ja, aber da war doch so ein Weg, oder? Oder war da kein Weg? Doch, aber ich war... Wirklich schnell, wirklich stark. Ja, so schnell bin ich schon, dann würde ich gern stark sein. Also wenn du jetzt sagst, okay, stark, äh, wirklich stark. Ja, aber schnell bin ich ja schon. Aber vielleicht ist ja nicht jeder schnell. Und deswegen wäre vielleicht... Ah ja. Dann ist... Was? Was? Imposter? Ja. Was ist das? Das ist ein Spiel Among Us. Keine Ahnung. Kennst du nicht, oder? Nö. Und Imposter ist der, wo die töten muss. Und ja, dann müssen sich alle so... Verstecken, oder was? Nee. Äh... Es wäre halt gut, wenn da nicht so viele in einem Raum sind. Und dann alle sehen, dass der gerade hier Imposter ist. Muss hier rein. Ach so. Und dann am Ende müssen die irgendwie... Also nicht am Ende, so mittendrin. Bis zur nächsten Runde so. Müssen die dann, ähm... Ah. Ready. Richtig! Bei dir richtig? Ja. Ernsthaft? Ja. Was ist das für ein Roboter? Das ist kein Roboter. Schon doch bei dem. Skidbane! Hey! Ich hab mich schon ganz bewegt. Da steht doch hier... Und da müssen zum Beispiel alle sagen, gerade in diesem einen Raum... Ja. Also ich war in diesem einen Raum... Kein Steins Wasser? Und ich habe gesehen, dass Tom oder sowas... Bester Ort zum Schwimmen. Äh, Ozean war es richtig. Ich bin irgendwo reingegangen. Ich hab gar nicht hingeguckt. Nee, also im Meer will ich jetzt eigentlich nicht schwimmen gehen. Sei ich auch nicht. Ich würde eher schwimmen. Ich schwimme! Papa, wer ist schneller? Warte, wir wollen mal einen weiteren machen. Aber es fängt hier an. Aber hier... Dünn, gerade, los. Dünn, dünn! Dünn war richtig. Dünn war richtig, gell? Ja, dünn war richtig. Nee, ich bin tot. Hä, aber wieso hatten die einen dann dünner und hatten es richtig? Dann war es komisch. Wer tötet mich? Oh, ich bin auf dem Friedhof und die Zombies tötet mich. Ich bin tot. Wo wurde es gar getötet? Äh, da war ein Drache, der hat Feuer in den Aufzug reingespuckt. Ach so. Los. Oh. Ach so, die Hose. Das meinen sie dann. Okay. Das ist ganz rechts. Los. Richtig. Oh, vom L. Oh, ich bin vom Ufer eingezogen. Los ist richtig, Papa. Mhm. Mhm. Das sind wir in dieser Schwimmhalle. Geht's denn hier weiter? Geht's da runter oder was? Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ich bin vom C her gesprungen. Beste Trollgesicht. Ja, C, Papa. C. C. Mhm. Ja. Ja, richtig. Guck mal. Das ist ja auch dieses, das ist ja auch das passende, gell? Ja, das ist richtig toll. Ja. Ja. Mehr dran, mehr schneller. Schade. Was ist das? Komet. Tschüss. Das sind wahrscheinlich beide oder falsch. Nein. Nee. Oh, komm, ich geh rutschen. Dann geht's zwar nicht lange, aber egal. Gerrit so schön, dann hüpft einfach hoch. Nee, das glaub ich, das geht nicht. Ach so, das geht ja gar nicht. Da ist ein Rutschen. Aber hier ist ein Rutschen. Ich geh rutschen, ich geh rutschen. Ich geh rutschen. Zack. Oh, hier gibt's einen Boden. So. Ha. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir natürlich das Blatt. Ist richtig? Ich sag Stein. Nee. Hä? Ich bin auch zu. Ich sag Stein ist richtig. Was ist das? Stein ist richtig. Stein ist richtig? Felsen. Da steht Felsen. Felsen? Felsen? Grüne Rutsche. Okay, was hast du gerade gesagt? Stein ist das? Ja. Felsen. Der in der Brandung. Okay. Okay. Gut. Wo muss denn jetzt nächstes hin? Da, wo ich stehe. Ah, hallo. Der kurste Hai. Wie geht's ihr? Der kurste Hai. Der kurste Hai. Der kurste Hai. Das ist ganz klein. Also eigentlich, finde ich glaube ich den Hammerkopf cooler. Echt? Aber ich glaube die Mehrheit wahrscheinlich den Weißen. Und. Tadaaaa. Jetzt bin ich im Wasser wieder. auf den schlimmsten sachen dass man barfuß treten kann ja das tut weh richtig richtig aber wenn ich ehrlich bin ich finde lego eigentlich so schlimm weil ich bin schon mit 80 mal auf lego gesprungen das war eigentlich ein bisschen angenehm ja vielleicht du aber der flieger ist abgebildet schlimmste schimmel die fliege fliegt ja weg außer sie ist tot aufzug also noch mal zu dem thema lego ich mein klar du bist ja auch etwas leichter ich würde jetzt mal sagen wenn okay dann ist es der fehler aber wenn natürlich power mit seinem gewicht dann drauf läuft ja tut es ein bisschen mehr wie vor allem wenn du unerwartet drauf läuft ja 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 die gehen kaputt ich sag die jetzt als nächstes das gruseligste monster lampier wer wird vor der zombies was denn ich sag mal ich muss gerne weiter sehen weil ich es gerade wieder vergessen ich gehe bei zombies jetzt wollte ich auch rein und war richtig übrigens wir haben zeit wie entkommen mit einer zeit von 26 minuten und 42 sekunden ich nein das stand unten im chat ach so hast du auch so gelben anzug ja gerade eben auch das ist der geschmack das ist salz süßig süß oder? ja auf jeden fall sehr süß warum ist aber das einzige blaue ist salzig aber ist zwar richtig so ähm vielleicht dass die anderen in den salz kommen bauernhof bestes bauernhof tier kuh schwein nee die kuh war richtig was denn? beste jahreszeit sommer nein wieso nee klar sommer oder frühling frühling finde ich besser ist sommer richtig? nein ja ich finde Frühling ist besser weil es Hilfe da läuft jemand da bist du ich hasse dich hier ist hier ist hier kommt jemand auf der schweine letzten was hast du gerade gesagt sommer? nein Frühling und Sommer ist falsch ja ich bin gerade mal auf Frühling reingehüpft hättest du es dir vor sagen können ok ich kämpfe jetzt wie ein Mann ah wo bist du? da der schweine letzten Aufzug hä? äh übrigens Winter ist richtig Winter? was ist denn los mit euch Leute? Winter? war ihr ernst? nein hier explodiert wir aufs Bett hier Winter? das muss man nicht verstehen Herbst ist nämlich falsch bist du bei Winter rein? ja ist es richtig? ja hey da bist du wieder ja nein ich war zu cool so ok was bestes template ja hm was ist template? ok also YouTube Titelbild ich geh mit den hier rein wo bist du rein? B ah C ist falsch äh B auch und bei mir für den Ding? A bei dir? ich bin eingefroren oh das war ein Schneemann ein Schneemann hä? ich war gerade in der Luft also gehst du jetzt A und ich stehe oder? ja ich geh jetzt A ja jetzt bin ich reingehüpft A war richtig komm auch ja gut ja ich weiß schon was das richtig ist ja klar Burritos Burritos? Burritos Burritos das ist halt das einzige grüne was ist falsch äh ich versteck mich hier in der Ecke im Aufzug mal guck mal die Scherbe sterbe ich? dann schmeißt es echt Glückssache oh ha was war richtig? was war richtig? Fritos? ich weiß nicht der tötet mich jetzt gerade wo bist du denn reingegangen? irgendein komischer Clown hat mich gerade getötet bei welchem Schiff wirst du sein? ach so ähm ähm ah bin ich rein also ganz links ich weiß nicht ich kenne die gar nicht ist richtig? ist falsch? dann ist es dritte ja ich will sterben weil es dauert so lange es dauert so lange ja ja wow der am schlechtesten schmeckende Burger ich bin doch nicht da aber ich werde noch gerade getötet ein Haar Burger Zahnpasta Burger Fingerange Fingernagel Burger oh Gott da kriege ich schon was kotzen festlicher leichter Burger was heißt das? ey wieso festlicher leichter Burger? weiß ich nicht äh 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 3 ja boah also ich glaube am ekelhaftesten wird der Fingernagel Burger sein, oder? ich weiß nicht das ist echt schwierig jetzt bei mir auch falsch ich bin bei der äh Fingernagel rein dann wird es wahrscheinlich die Haare sein ja die Fingernage weiß ich nicht ich weiß nicht ob der X ist bei mir auch falsch ja die Fingernagel wieso kann ich nicht raus? hm hhm bist du durch die Map gefallen? nö ich bin im Aufzug aber ich kann nicht raus tötet der mich jetzt? oh ja jetzt warte wird es gerade ein bisschen gedauert festlicher Burger ist auch falsch festlicher Burger ist auch falsch ja dann wird dieser H-Burger sein und zack tadaa ok was ist das jetzt hier Exit? was ist falsch? ich bin im Bällebad ist der H-Burger eklig? ja gut wenn man frisch duscht ist weiß ich nicht ob die ob die Haare dann noch so zwischen ok ich warte hier auf Tisch und dann können wir gleich zusammen einen Weg zu machen selber toll komm hier rein boah wie cool wir gehen spielen jetzt kommen wir rechts oder links wo war rein? wo ist die Linkse? links ist richtig die Schlimmste die Schlimmste Hell-Unerwäsigkeiten die Schlimmste Hell-Unerwäsigkeiten ähm Zuckermais falsch Zirkus Erdnüsse Zirkus Erdnüsse ist das richtig ja natürlich oh 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 der Quinch kommt der Quinch kommt cool oh ich bin schneller ich bin schneller oh oh hier gehts weiter ich kann mal weiterspielen was hast du gerade gesagt? Zirkus Erdnüsse mhm die beste Art von Eis schwer gekocht Omelette Zenwitz Skrimeblatt oder easy äh so was beste Art vom Ei ach so Ei ich hab verstanden Eis ach so wegen dem Fragezeichen da Spielei ja ja ist richtig ja easy ja das sieht voll cool aus mit dem ganzen Spielding wir können auch mal so ein Video machen ähm wo wir im Innerspielplatz sind oder im Wasserpark im Wasserpark ja komm mal mal könnt ihr mal gerne in den Kommentar reinschreiben ob ihr das haben wollt ja Dalmatina oh 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 wie nein Dalmatina mag ich nicht der Husky ist richtig ja aber Dalmatina mag ich nicht nicht? findest du die toll? sehen auch nicht schlecht aus sehen auch nicht schlecht aus wolltest du damals einen? so beste Menschen oh ok sehen, berühren, schmecken, riechen, hören ja natürlich sehen ist doch das Beste oder? nein doch doch ich finde hören ist aber irgendwie wichtiger findest du? ja weil mit dem hören ja wenn man sehen kannst du aber auch vieles dann abdecken ja ja aber wenn man ja nichts hört und so ja wenn man ja nichts hört und so ist irgendwie auch schlecht wenn man in der Schule dann nämlich lernen muss kann man kann die Lehrerin was erklären und das Kind versteht es auch obwohl es nichts sieht mhm ja Herzaugen ist richtig nee warte falsch doch nee Herzaugen ist richtig ich hab gedacht Tränen der Freude dachte ich auch aber ja das schreibt heutzutage jeder jeder schreibt das kein Scherz das ex wird jetzt aber äh fake das ist fake? ja das geht ja dann noch weiter guck ey ich hab die Tür für dich auch gemacht he he danke juhu wir haben es geschafft du bist eigentlich voll schneller als ich ja wir sind zusammen hier reingegangen ja cool gönnen wir uns erstmal eine Cola Coca-Cola trinken es wird noch weiter oder? nee komm wir lassen uns schaukeln ja aber da hinten ist noch so ein Gang warte mal Wiedergeburt ach so komm wir wippen wer schwerer von uns ist uah ich bin schon hingefallen du warst schwerer nein ich bin ein Affe ich schaukel uah man kann wirklich schaukeln echt? ja man hängt Zucker ach so ja ich geb dir eine Cola bitte schön na gut kommst du her dann verabschieden wir uns auf dem Tisch mit unserer Cola so Cola in Cola für uns ja wir stoßen an auf unseren Sieg und natürlich wenn euch das Video gefallen hat dann gerne einen Like da lassen und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Tschüssi Müsli two bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal j